Kapitel 15 Daniel erwachte ruckartig mitten in der Nacht. Wo war er? Er begann hektisch zu atmen, das Ministerium, die Anhörung. Plötzlich stürzte alles auf ihn ein. Er hatte keine Ahnung, wo er war, vielleicht längst in einem Heim. Sein Atem und Schluchzen wurden immer verzweifelter, als er plötzlich eine Hand auf der Wange spürte und den vertrauten Geruch nach Kräutern wahrnahm. Psch, Daniel, alles ist gut. Komm, ganz ruhig atmen. Du bist bei mir. Severus zog das wimmernde Kind in die Arme. Er hatte wohlweislich einen Alarmzauber auf den Raum gelegt, nachdem er Daniel nicht mal zum Abendessen wecken konnte. Es schien, als würde der Junge sich in den Schlaf flüchten, aus Angst, was nach dem Aufwachen auf ihn warten würde. Ganz langsam schien Daniel sich nun zu beruhigen. Er atmete langsamer und sah auf. Severus? Hauchte er. Der Mann nickte und schaltete die Nachttischlampe an. Sind wir geflohen? Fragte der Junge voller Angst. Lächelnd schüttelte Severus den Kopf. Sieh dich um. Das hier ist dein Zimmer. Erkennst du es wieder? Alles ist gut. Du bist mein Sohn. Das Ministerium hat die Adoption erlaubt. Ab heute ist dein Name Daniel, Liam, Snape. Und nie wieder wirst du woanders hin müssen. Verstehst du? Daniel sah den Mann vollkommen ungläubig an. Ich muss nicht mehr von dir weg? Du bist jetzt mein Vater? Fragte er ein weiteres Mal. Nie wieder. Und ja, ich bin dein Vater. Für immer. Sagte Severus. Es dauerte einige Momente, dann warf sich Daniel weinend in die Arme des Mannes. Es dauerte lange, eh sich der Junge beruhigte und auch Severus weinte mit ihm. Vor Erleichterung und vor Glück. Einfach, weil er nun Vater war. Etwas, was er sich nie zu träumen gewagt hatte. Irgendwann wurde Daniels Schluchzen weniger und er drückte sich etwas von Severus ab. Bist du traurig? Fragte er mit brüchiger Stimme und streichelte die Wange des Mannes. Dieser schüttelte den Kopf. Nein. Nein, ich bin einfach glücklich. Verstehst du? Fragte er. Daniel nickte. Darf ich dich was fragen? Wollte er dann wissen. Natürlich. Darf, darf ich, also darf ich vielleicht Dad sagen? Ich konnte das nie. Meinen, also Vernon musste ich immer Vater nennen und... Daniel, alles okay. Ich würde mich freuen, wenn du Dad sagst. Unterbrach Severus den Jungen. Daniel nickte dankbar. Liam? Das ist ein schöner Name. Sagte er dann nachdenklich. Ja, er bedeutet Beschützer. Und das warst du für Harry und... Naja, Liam Daniels war's für uns. Erklärte Severus. In diesem Moment gähnte Danny und rieb sich die Augen. Du solltest wieder schlafen. Sagte Severus dann sanft. Darf ich bei dir? Also nur ausnahmsweise? Fragte Daniel zögernd. Gern. Dann komm. Sagte Severus und brachte den Jungen in sein Schlafzimmer. Daniel kroch unter die Decke und Severus legte sich zu ihm. Sofort rutschte Daniel nah an ihn und der Mann legte die Arme um seinen Sohn. Dad? Kam es leise von dem Kind und Severus hatte bei diesem Wort das Gefühl, warmer Sirup würde ihm den Hals hinunterlaufen. Er fragte er stockend. Gehen wir morgen zu Harry? Fragte Daniel. Severus lächelte und küsste den Hinterkopf des Jungen. Natürlich und nun Schlaf. Sagte er und bald waren beide fest eingeschlafen. Daniel! Rief Harry und rannte aus der Tür des Hauses. Gerade kamen Severus und sein Cousin durch die Gartentür und Harry warf diesen fast um, als er ihn umarmte. Er wusste von Remus und Sirius, dass am Tag zuvor die Anhörung von Daniel und Severus gewesen war. Sie hatten ihm erklärt, dass es immer noch sein könnte, dass Severus mit dem Jungen fliehen müsste. Und das hätte auch bedeutet, dass Harry und Daniel sehr lange sich nicht hätten sehen können. Umso erleichterter war er, als er die beiden an der Gartentür entdeckt hatte, nachdem er den ganzen Morgen seine Vormünder angefleht hatte, dass sie nach Spinners End apparieren sollten, um nachzusehen, ob Daniel noch da wäre. Vorsicht, Harry! Nicht, dass ihr euch beide noch wehtut. Sagte Severus lächelnd und hielt seinen Sohn an den Schultern fest. Tut mir leid, ich freue mich nur so. Heißt das, dass Daniel bei dir bleiben darf? Fragte Harry nun aufgeregt. Severus nickte. Vor dir steht Daniel Liam Snape. Ich habe ihn gestern adoptiert. Erklärte er. Daniel neben ihm grinst über beide Ohren. Wow, das ist toll! Rief Harry. Allerdings. Glückwunsch! Remus und Sirius waren hinter Harry am Gartentor erschienen. Letzterer reichte Severus nun die Hand. Dieser schüttelte sie lächelnd. Danke. Ich hätte nicht gedacht, dass es so weit kommen würde, also nicht so schnell. Sagte er. Harry, geh doch mit Daniel in dein Zimmer. Wir machen etwas zum Mittagessen und rufen euch dann. Sagte Remus sanft. Harry nickte. Komm, Daniel! Sagte er und zog den anderen mit sich. Lass uns reingehen. Sagte Sirius und gemeinsam mit Remus und Severus folgten sie den Jungen ins Haus. Wir freuen uns sehr für dich. Sagte Remus, als sie zusammen in der Küche saßen, während im Ofen ein Auflauf backte. Ja, ich konnte es kaum fassen. Jetzt ist alles nur noch Formsache. Liam Daniels kommt nochmal nach Hogwarts und das war's dann. Erklärte Severus. Hoffen wir, dass es bei uns genauso läuft. Sagte Sirius etwas angespannt. Keine Sorge. Das Ministerium und besonders Athena Burbeck ist euch sehr zugetan. Es wird alles funktionieren. Sagte Serius aufmunternd. Ja, das hoffen wir. Sagte Remus seufzend und Sirius gab ihm einen schnellen Kuss auf die Wange. Ich, naja, ich will jetzt nichts forcieren oder so. Aber habt ihr mal darüber nachgedacht, zu heiraten? Das würde es vielleicht noch etwas einfacher machen. Sagte Serius leicht lächelnd. Ähm, also, ja, sicher, nachgedacht schon. Stotterte Remus etwas unbeholfen. Sirius aber lächelte und zog den anderen zu sich. Remus John Lupin, willst du mein Mann werden? Raunte er. Was? Aber... Ich liebe dich und ich weiß, ich will nie wieder ohne dich oder Harry sein. Das ist längst überfällig. Also, was sagst du? Ich, natürlich will ich. Ja, nichts würde mich glücklicher machen. Harry und du, ihr seid alles, was ich brauche. Sagte Remus mit erstickter Stimme. Serius nickte und zog seinen nun Verlobten in einen tiefen Kuss. Serius grinste, stand auf und sah nach dem Auflauf. Liam? Ein cooler Name. Sagte Harry, der neben Danny auf seinem Bett saß. Ja, er bedeutet Beschützer. Dad meint, weil ich dein Beschützer war und Liam Daniels unserer. Erklärte Daniel grinsend. Du sagst Dad? Fragte Harry und lächelte. Ja, das ist er ja jetzt und das fühlt sich toll an. Sagte Daniel. Ja, ich würde das auch gern sagen. Aber ich traue mich nicht, die beiden zu fragen, solange... Naja, vielleicht darf ich gar nicht hierbleiben. Sagte Harry traurig. Danny rutschte näher an seinen Cousin und legte ihm einen Arm um die Schulter. Natürlich darfst du. Dad sagt, dass die Frau im Gremium Remus und Serius mag und... Und es wird alles gut gehen. Sagte er sacht. Harry nickte. Ja, sicher hast du recht. Weißt du, es wird voll cool in Hogwarts, wenn du auch dabei bist. Vielleicht darfst du ja auch mal in den Unterricht. Sagte Harry dann aufgeregt. Meinst du denn, die anderen Schüler mögen mich? Warum denn nicht? Wollte Harry ungläubig wissen. Ich bin doch ein Muggel. Sagte Daniel. Na und? Hey, du bist der Sohn von Sarah und Snape. Die würden es nicht wagen, dir was zu tun. Und überhaupt, ich wette, alle mögen dich. Sagte Harry und Daniel hoffte, dass dieser Recht behalten würde. Vier Jahre später Daniel Daniel Der 16-jährige Daniel Snape schreckte aus einem Tagtraum auf. Serius stand vor ihm und sah ihn mit hochgezogenen Augenbrauen an. Äh, ja? Fragte er schuldbewusst und starrte auf das leere Pergament vor sich. Sag mal, träumst du? Fragte der Mann und lächelte nun. Ja, vielleicht. Sagte der junge Mann. Woran denkst du? Fragte Serius nun und setzte sich an den Küchentisch. Na, über den Aufsatz nach. Ich weiß nicht. Also keine Ahnung, was ich mal machen will. Serius nickte. Ja, du hast viel erlebt. Ich verstehe, dass das alles nicht einfach ist. Du stehst zwischen zwei Welten, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Ja, und ich, ich will zu dieser gehören. Verstehst du? Vier Jahre waren vergangen, seit Severus Daniel adaptiert hatte. Viel war geschehen und die Zauberwelt hatte zu Anfangs mit viel Argwohn auf den Zaubertranklehrer gesehen, der ein Muggelkind aufgenommen hatte. Aber Daniels offene und freundliche Art macht ihn überall schnell beliebt, auch in Hogwarts. Am Tag blieb er wie besprochen bei Serius und Remus, die ihn unterrichteten. Abends und am Wochenende blieb er in Hogwarts. Remus und Serius hatten schnell geheiratet und ein Jahr später durften sie Harry offiziell adoptieren. Sie lebten mit ihm in Hogsmeade und Daniel verbrachte auch in den Ferien viel Zeit hier. Seinen Vater liebte er über alles und Severus, der nie an Kinder gedacht hatte, hatte in Daniel seine Erfüllung gefunden. Er wusste, dass sein Sohn genau wie Harry oft noch mit seiner Vergangenheit haderte, aber hier in Schottland waren sie beide irgendwie geheilt worden. Sie hatten nun beide eine Familie und Menschen, die sie liebten. Harry war inzwischen auch verliebt und seit einem Jahr mit Luna Lovegood zusammen. Daniel freute sich sehr für ihn. Er selbst kämpfte mit sich und seinen Gefühlen für jemanden ganz Bestimmtes. Ja, ich verstehe dich und du kannst dazu gehören. Du gehörst dazu, sagte Serius nun sacht. Aber wie denn? Ich kann nicht zaubern und werde es nie können. Wie? Sagte Daniel und seufzte. Denn es gibt Berufe, in denen man das Zaubern nicht zwingend braucht. Du kannst verkaufen oder schau dir Remus' Beruf an. Als Bibliothekar braucht er nicht unbedingt einen Zauberstab. Ja, schon wahr, aber ich werde doch nie genug verdienen, um mal einen, also, um eine Familie zu ernähren. Nachdenklich sah Serius ihn an. Er verstand den jungen Mann gut. Danny gehörte nicht mehr wirklich zur Welt der Muggel. Dort legte er nur jedes Jahr zum Sommer seine Prüfung ab. Mehr nicht. Doch gehörte er zur Welt der Zauberer und Hexen? Ja, vielleicht, und doch wusste Serius, dass der junge Mann seinen Platz allein finden musste. Er beugte sich vor und nahm Daniel das leere Pergament weg. Na, hör zu. Lassen wir es für heute. Ich verstehe, dass diese Aufgabe viel verlangt ist. Naja, sie kam ja auch von Remy. Aber denk darüber nach und vielleicht fällt dir ja bald was ein. Sagte er sanft. Daniel nickte und sah verstohlen zur Wanduhr, die in der Küche hing. Serius war dieser Blick nicht in Gang. Lass mich raten. Die Slytherins haben gleich Quidditch-Training. Sagte er grinsend. Danny sah ertappt zu Serius und nickte. Na los, geh schon. Wir sehen uns dann morgen Abend zum samstäglichen Abendessen. Grüß deinen Vater. Ah, und sag meinem Sohn, wenn du ihn siehst. Er soll heute Abend nicht so trödeln. Ich koche heute. Und ja, er kann Luna mitbringen. Gab Serius noch kurze Anweisungen. Daniel sprang auf, griff nach seinem warmen Umhang und nickte. Mach ich und bis morgen Abend und naja, danke. Sagte er umarmte Serius schnell und rannte aus der Tür. Draußen wehte ein frischer Wind und es roch bereits nach Schnee. Es war Anfang November und Daniel wusste, dass hier oben in Schottland der Winter schneller kam als anderswo. Er rannte durch die Straßen des kleinen Dorfes. Serius, Remus und Harry wohnten am Rande und so musste Daniel sich beeilen, wenn er es pünktlich zum Training schaffen wollte. Er verpasste kein einziges und auch jedes Spiel sah er sich an. Sein Vater war Hauslehrer bei den Slytherins und auch wenn Harry und Daniel wie Brüder waren und Harry und Gryffindor, so unterstützte Daniel doch die Slytherins. Insgeheim wünschte er sich auch fliegen zu können, statt nur mal mitzufliegen. Aber noch etwas oder besser gesagt jemand zog ihn zum Training. Draco Malfoy. Daniel kannte Draco seit vier Jahren. Der Slytherin war das Patenkind seines Vaters und so verbrachte Daniel auch seither viel Zeit im Männa und mit Draco. Die beiden hatten sich von Beginn an verstanden. Mehr als das. Es schien, als würden sie sich blind verstehen. Anfangs war Daniel zurückhaltend, denn er wusste um Dracos und Harrys schlechtes Verhältnis zueinander, doch die beiden klärten ihr ihre Differenzen und seither waren auch die Rivalitäten zwischen den Häusern weniger geworden. Den Quidditch-Pokal allerdings holten seit vier Jahren die Gryffindors, denn Harry war unschlagbar als Sucher. Das musste auch Draco, Sucher bei den Slytherins, neidlos anerkennen. Daniel bog in Richtung Schloss ein, rannte über die Ländereien und kam am Quidditch-Welt an, als die Slytherins gerade dabei waren, in die Luft zu steigen. Daniel atmete tief durch und stieg auf die Tribüne. Inzwischen viel Schneeregen und es war nicht gerade ideales Flugwetter. Daniel zog seinen Umhang fester um sich und sah zu den Slytherins, die sich gerade in der Luft formierten. Draco wischte sich die Tropfen von der Flugbrille und sah zur Tribüne. Ein Lächeln huschte über sein Gesicht und er winkte Daniel kurz zu. »Na, ist dein Fan wieder da?« fragte Raisi Awkward, der Jäger der Mannschaft und Teamkapitän und grinste. »Was dagegen?« fragte Draco schlicht und Raisi schüttelte den Kopf. »Woher denn? Also, wollen wir?« fragte er dann und die anderen nickten. Eine Stunde später beendete der Teamkapitän das Training. Es war schlicht zu schlechtes Wetter. Man konnte kaum etwas sehen und der Wind nahm immer weiter zu. In der Umkleidekabine zogen sich die Mitglieder des Teams schnell um, denn das Abendessen würde bald beginnen und vorher wollten die meisten noch schnell die letzten Hausaufgaben vor dem Wochenende erledigen. Als Draco aus der Kabine kam, sah er Daniel, der etwas abseits stand und auf ihn zu warten schien. Kopfschüttelnd und durch einen Zauber geschützt, ratte Draco durch den Regen auf ihn zu. »Hey, sag mal, willst du dir den Tod holen?« fragte er dann, trocknete Danny jetzt Sachen und schloss ihn in einen Schutzzauber mit ein. »Ja, war schon echt kalt«, sagte Danny und lächelte. »Allerdings. Mensch, Danny, wenn Seth das mitbekommt, dann bekommen wir beide Ärger. Du weißt, er macht sich schnell Sorgen. Du musst nicht bei jedem Training zusehen«, sagte Draco, während sie in Richtung Schloss liefen. Daniel seufzte. »Ja, ich weiß«, sagte er. Es stimmte. Cerys machte sich noch immer Sorgen um Daniel. Es hatte lange gedauert, bis dieser und Harry sich seelisch und körperlich von ihren Jahren im Ligusterweg erholt hatten, und in den letzten Jahren hatten beide immer mal wieder Rückfälle, die sich in Panikattacken oder Schlafstörungen zeigten. Aber seit einem Jahr ging es beiden wirklich gut, und doch verstand Daniel die Sorge seines Vaters. »Wie war es bei Sirius?« riss Drake ihn auf seinen Gedanken. Daniel zuckte mit den Schultern. »Okay, am Ende sollte ich einen Aufsatz schreiben.« »Aha, und über was?« »Darüber, was ich mal machen möchte im Leben«, sagte Daniel und Draco spürte, dass der andere sich vollkommen verspannte. Er stoppte und Daniel wandte sich überrascht um. »Was ist?« »Lust auf ein Eis?« fragte Draco dann und grinste. »Jetzt?« »Warum nicht? Bis zum Abendessen ist es noch eine Stunde. Komm«, sagte Draco, griff nach Daniels Arm und zog ihn mit sich. Es dauerte nicht lange, ehe sie ungesehen in den Gang mit dem Gemälde der Obstschale kamen. Draco kitzelte die Birne und Augenblicke später standen sie in der großen Küche von Hogwarts. Draco zog den perplexen Daniel weiter. Dieser konnte nicht glauben, dass er noch nie hier war, wo er doch auch mehr oder weniger in Hogwarts lebte. Überall wirbelten Hauselfen herum, um das Abendessen auf die Tische zu bringen, aber im hintersten Teil der Küche gab es einen Tisch, der etwas abseits stand. Draco drückte Danny auf einen Stuhl, der an diesem stand, und flüsterte einem Hauselfen etwas zu, und dieser nickte. Einen Moment später standen zwei Eisbecher auf dem Tisch. »Guten Appetit«, sagte Draco und reichte Danny grinnend einen Löffel, dieser starrt auf den Eisbecher, der wirklich verlockend aussah, und dann zu Draco, welcher bereits aß. »Mach schon, und keine Sorge, er ist nicht vergiftet oder so«, sagte dieser und nun begann auch Danny zu essen. Sofort spürte er eine Art tiefe Zufriedenheit. Hier mit Draco zu sitzen, weit weg von allem, und Eis zu essen, war das Schönste, was er sich gerade vorstellen konnte. »Also erzähl, was ist es, was du machen willst?« Begann Draco irgendwann und Danny schob seufzend den Eisbecher von sich. »Keine Ahnung, ich wusste nicht, was ich schreiben soll. Ich gehöre nicht in diese Welt und zu den Muggeln auch nicht. Also was kann ich schon machen? Vielleicht ziehe ich einfach in eine Hütte hier auf dem Gelände und schleiche mich nachts in die Küche, um nicht zu verhungern. Dann werde ich so eine Art Phantom von Hogwarts. Oder so. Sagte Danny und lachte. Aber es war ein bitteres, fast verzweifeltes Lachen, das hatte Draco deutlich gehört. Er schob nun ebenfalls seinen Eisbecher von sich. »Danny«, sagte er sanft und Danny sah auf. Nur Draco durfte Danny sagen. Alle anderen sagten maximal Dan. »Nein, aber das Danny, das war Draco vorbehalten. Und jedes Mal, wenn er anderes sagte, bildete sich eine Gänsehaut auf Dannys Körper.« »Das stimmt doch nicht. Du gehörst hierher. Du bist in dieser Welt zu Hause. Und das wird immer so sein. Deine Melodramatik in allen Ehren, aber Hogwarts hat schon genug Geister. Also, komm schon. Aber Dre, was soll ich tun? Ich kann nicht zaubern, nicht mal ein bisschen. Ich werde für Dad immer eine Belastung sein, wenn ich mir nicht irgendwas in der Muckewelt suche. In Daniels Augen sammelten sich Tränen, die er energisch wegwischte. Plötzlich spürte er Dracos Hand an seiner und er sah wieder auf. »Hey, und das stimmt alles nicht. Seth würde dich nie als Belastung sehen und ich weiß, dass du deinen Platz finden wirst. Es gibt viele Dinge, die du tun kannst. Du gehörst hierher und ich... Also, diese Welt ohne dich kann ich mir gar nicht mehr vorstellen und ich... Ich will es auch nicht.« Sagte Draco sacht. Daniel starrte ihn an und wusste nicht, was er sagen sollte. Er spürte Dracos Hand an seiner, spürte das leichte Zittern des anderen. Und dann hörte Daniel Liam Snape endlich auf, nachzudenken. Ich wisse Königin Lisa, but 27. Was ist ein Zeuglafly? Da ist ein Zeuglafly.